ja hallo hallo champions heute haben sie euch auch schon den todesschuss die impfung gegen korinna gegen korrid verpasst seid ihr auch schon dem tod gewalt und werdet explodieren oder bekommt bestimmt auch affenpocken weil er auch irgendwas mit schimpansen und astrazeneca war oder so ja voll doof ne aber habt ruhig hoffnung weil jetzt kommt der gute dr c also ne mein name ist dr leonard kultweil der einzige der echt volle krebs heilen kann ich habe die höchste nachgewiesene krebs beteilungsrate der welt also der hat die antworten auf alles ich bin der größte der beste auch auf den drohenden impftot ja ich bin der einzige der helfen will und kann was zum fix soll das denn erinnern wir uns zurück coldwell das ist dieses ausgewanderte deutsche klischee des schlangenölverkäufers zweireihiger anzug mit goldknöpfen ein schmieriges grinsen gekrönt von einem gefärbten mini bärtchen von dem er malen behauptet hat es sei eine homage an sean connery mein ganzes leben lang war sean connery james bond 007 mein idol mein vorbild ich habe mein ganzes leben nach james bond nach schon connery ausgerichtet im bezug auf kleidung im bezug auf auftreten korrektheit gentleman sein und so weiter eine form der blasphemie für die man auch bis ins 18 jahrhundert hinein leute an ihren hermorinen aufgehängt hat steht ja auch schon in der bibel zweite buch der proleten 17 vers 23 und wer den namen des bond geborenen connery missbräuchlich im schleimig grinsenden maule führt der soll erhängt werden an seinem eigenen anal prolapse steht da coldwell das ist der typ der herum geht und jenen den bei seinem geburtsnamen bernd klein benennt verklagt weil er seinen namen offiziell geändert habe und niemand solle ihn mehr bernd klein nennen weil er ja so gar nicht mehr heißt ich finde das extrem gut denn dann ist es dr lennart coldwell ich vernichte jeden der sich in meinen weg stellt sicherlich kackegal wenn ich verlauten lasse dass bernd klein aussieht wie rasierte tapirklöten keine ahnung wer bernd klein ist dieser arschpfropf einer leprösen wanderhure aus der syphiliden dynastie dr lennart coldwell ist es aber ja seinem eigenen befinden nach definitiv nicht und er und seine anwälte geben sich sogar voll viel mühe das zu betonen als wir ihm das letzte mal vor einem knappen halben jahr begegnen mussten ließ coldwell der seinen gegnern auch gerne mit einem osteuropäischen schläger trupp droht trotzdem kommen ein paar meiner jungs vorbei tatsächlich verlauten geimpfte würden explodieren und er nutzen diese aufmerksamkeit unter dem link no boom boom seine zauberpillen anzupreisen nun hat dr c inzwischen seine videoaktivitäten angeblich mit großem drama eingeschränkt wir haben nicht genügend leute die unsere livestreams weiter teilen und dafür macht es keinen sinn mehr nutzt den ganzen scheiß aber doch immer um zu behaupten es bräuchte nur einen pseudomedizinischen scheiß und man könnte dem unausweichlichen tod durch was auch immer an der impfung jetzt so tödlich gewesen sein wird den hinweis mit der explosion hat er nämlich kurze zeit später wieder gelöscht entkommen ich bin der einzige der euch retten kann zeit und gelegenheit einen blick in sein kaufhaus in champions reformhaus zu werfen champi das ist dieses ergebnis eines furbies oder eines vormitternächtlichen gremlins den man mit ranzigem bratfett eingerieben und dann einmal durch die staubmäuse sammlung unter dem gästebett gerührt hat diese armfreie funktionslose batzen verunglückten kindchen schemas das früher einmal eine tupperdose voller vergessener essensreste gewesen war bis dr kohlenfell der bekanntlicherweise nicht der schwanzlose furchenleuchte namens bern klein ist bis doc zieh diesen batzen grauen schimmelflaums zum maskottchen seiner verkaufsplattform deklariert hat der name champi rührt daher das kohlen die mccolentface sein gefolge gerne als champions bezeichnet hallo champions bewohner eines fantasie staates namens champion nation oder so ein grob charakter und funk die champion nation wird losgetreten wir gehen jetzt los unseren eigenen weg unser eigenes land unsere eigene nation es gibt keine brd in kein deutschland keine rechte na gut wer so weit unten angekommen ist dass an diesem schlechteren staubsaugervertreter dessen modegeschmack 1988 bei urgroß onkel eberhards bingo nacht oder der thomas magne memorial boutique stehen geblieben ist wer diesem möchte gern wunderheiler glaubt der in einem früheren leben den ranzigen reisebus und lamadecken an demente geronten verkloppt hat wer so weit unten angekommen ist sich von nicht bernd klein ausnehmen zu lassen der hat jedenfalls so einen albernen titel wie champion verdient um das letzte bisschen würde das ihm geblieben ist auch noch zu steinigen alles so gut was bekommt man denn hier im reformhaus broccolipulver für schlapp knapp 70 euro dafür bekommt man eine nicht weiter benannte menge broccolipulver in tabletten oder vielleicht auch als pulver oder zäpfchen sagt uns champi nicht wie auch wenn man augenscheinlich die intelligenz eines türstoppers besitzt weitere inhaltsstoffe keine ahnung steht auch nirgendwo könnten auch geriebene kakerlaken eier sein oder wie wäre es mit champ tection dem graphen shield weil ja in der impfung graphen alternativ graphenoxid oder graphenhydroxid sein könnte der inhalt der impfstoff flasche bestand zu mehr als 99 prozent aus graphenoxid also so genau haben die mir das nie sagen können kriegen diese querdeppen auch nicht auseinander gedröselt irgendwie immerhin die scheiße hilft auch gegen morgellons ja aus gründen was da drin ist ein mysterium pürierter pavienpimmel vielleicht hey der ist immerhin teuer und würde damit den preis von 180 euro für eine nicht genauer definierte menge irgendwas rechtfertigen so unglaublich teuer champ tection das ist übrigens auch dieser klumpatsch den lenny über irgendeine andere seite verschärbelt ein komischer undefinierter klumpen plastik der nicht nur vor 5g sondern auch 6g und 7g schützen soll 6g ist zwar noch graue zukunft und 7g nicht einmal angedacht aber irgendwo in florida sitzt ein abgehalfterter klumpen sputum und weiß jetzt schon wie man euch vor etwas bewahrt von dem niemand weiß wie es irgendwann mal aussehen wird außer dr c der weiß alles bloß nicht wo seine ohren sind weil g5 braucht g6 um funktionieren zu können mit dem corvid mit der corvid mikrobe in unserem körper ja gut oder eben nicht dass es 5g und nicht g5 heißt das aktiviert dann eine corvid mikrobe man packt sich dann dieses teil in die rosentasche wo es dann ein signal aussenden soll das elektromagnetische strahlung blockiert ja gut klar die frage ist allerdings wie der franz da noch telefonieren kann egal dieser überteuerte mutmaßliche klöten rössler da ist nicht das thema heute wenn euch 180 euro für eine mysteriöse tablette gegen morgen gallons grafenoxin und bestimmt auch fußbildungsfruchtbarkeit und chemtrailvergiftung noch nicht ausreichen wenn euch auch ein funktionsfreier klumpen schwarzen kunststoffs nicht zufriedenstellend dann nimmt gleich das komplettpaket wachsocare die absolute superlösung für alle probleme vor allem um den qualvollen tod durch den todesschuss abzuwenden das ist doch wohl 278 euro wert oder das ist doch ein schnäppchen man bekommt auch gleich vier buddeln mit wachsofüde klar braucht jeder der nicht morgen schon verreckt sein will wachsofüden ist eine zelluläre abwehr und ausleitung von dns wer das nicht in seiner hausapotheke hat an dem nagen schon die bahnen was noch ginsopril natürlich ginsopril klar 1968 von brati bratfisch entdeckt und sorgsam aus getrockneten kotklumpen in seiner arschbehaarung destilliert und myrothyn kennt jeder liebt jeder braucht jeder myrothyn nachdem man entdeckt hat dass das aus schimmeln gewonnene peninzillin bakterien töten kann hat man sich gedacht vielleicht klappt das auch mit anderem gammel und hat sich allen möglichen dreck auf wunden geschmiert myrothyn entsteht wenn man alten fisch drei tage in die sonne legt und die suppe die sich drunter sammeln mit dem erbrochenen vietnamesischer waldmäuse verrührt die experimente damals hat man aus nicht dokumentierten gründen abgebrochen aber bestimmt weil das von big pharma unterdrückt wurde dann würde ich sagen wo wir das her haben machen sie uns den laden zu bis es von kohlen dies chef-pharmakologen dem ehemaligen biomülltonnen aus kratzer rolf schnetzger nennt sich jetzt übrigens offiziell professor doktor eustachios holden soll mit dolmen wieder entdeckt wurde kann auch einfach gepresste weizenkleie sein und der einzig nachvollziehbare effekt wäre dass man mal ordentlich kacken kann okay kann eine reinigende funktion haben das will ich nicht abstreiten mich wundert dass nicht simopron alufolin güna pret oder praxonol dabei sind essentielle heilemittel aus dem hause flömmelfarm die ebenso bescheuerte namen haben und genauso ein fantasie wortwurstsalat sind wie der scheiß dir das ohrenlose grau die er verkauft wenn das alles schon noch immer zu konkret ist wenn ich einfach nur eine wunderpille haben will die am besten auch noch keinen besseren namen hat als ja gut wunderpille auch da hat dr no etwas für euch die wunderpille ernsthaft irgendwelche idioten scheinen tatsächlich bereit zu sein 100 euro dafür zu zahlen dieser komische automatische tantenservice erklärt mir auch nicht was da in dem dreck drin ist klicken sie bitte auf andere fragen haben wir mail schreiben müssen antwort innerhalb von wenigen stunden garantiert unser team wird dann ihre frage innerhalb von drei bis sechs stunden beantworten da hat's gedauert am ende weiß ich immerhin dass 60 kapseln in der wunderpillendose drin sein sollen sie seien ein funktionelles lebensmittel kein schimmer was das ist und sie dienen der erhaltung und verbesserung des allgemeinen wohlbefindens und vitalität kein wunder dass der kram im spam ordner gelandet ist den anhang in dem angeblich die inhaltsstoffe drinstehen sollen haben sie glatt vergessen und wenn wieder irgendwelche arschlöcher uns schreiben ich will genau wissen was da drin ist ihr könnt mich mal am arsch lecken okay alles was mir bleibt ist ein disclaimer auf der furby seite der auch noch voller fehler ist ja danke lady kohlenfeld oberster champignon der fußballination danke für den schutz der welt der menschen und allem danke dass du leichtgläubigen vollidioten und verängstigten geistig schwachen das geld aus der tasche ziehen willst dass du die angst einiger verstörter ausnutzt um pomade und haarfärmer zu kaufen danke dass du der einzige bist der uns mit geschreddertem gemüse retten kann ich bin der einzige der euch retten kann und danke dass du all diesen ganzen komplett nutzlosen pseudoquatsch so schön verpackst in einer plastikbuddel verziert mit der grinsenden fratze eines charlatans der einen schimmelnden furby fickt am ende noch dies berg klein hat einen witzigen pibbel also mir kein arschloch sagen es ist nicht wahr ha 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 Untertitelung des ZDF, 2020